Sarah und Joti stellen alles auf den Kopf. Plötzlich posten beide Fotos voneinander oder auch Videos. Dabei ist Sarah Lombardi erst zwei Wochen getrennt von Roberto. Ähnlich wie bei Pietro Lombardi brach die Beziehung plötzlich ab. Kaum war alles vorbei, hatte sie direkt einen neuen. In dem Fall ist es wohl Joti. Beide sprechen von einer Freundschaft, fahren aber trotzdem gemeinsam in den Urlaub. Das Auffällige daran, auch Söhnchen Alessio ist mit dabei. Zurück in Deutschland halten sie Händchen und wirken schon wie eine kleine Familie. Ob sie sich im Urlaub näher gekommen sind? Und vielleicht sind sie sogar als Liebespaar aus Ägypten wieder zurückgekommen. Wir warten gespannt auf ein Statement. Wie würdet ihr es eigentlich finden, wenn die beiden ein Paar wären? Und findet ihr das Ganze viel zu früh, zwei Wochen nach der Trennung mit Roberto? Ich bin gespannt auf eure Meinung und freue mich, wenn ihr Check the Celeb abonniert, um immer up to date zu bleiben. Wir hören uns im nächsten Video. Bis dann!